Musik In der denkmalgeschützten Remise in Wien-Erdberg ist seit September 2014 das neue Verkehrsmuseum der Wiener Linien in Betrieb. Es ist eine der größten Sammlungen historischer Fahrzeuge in Europa und zugleich ein modernes Museum zum Erleben und Anfassen. Erzählt wird die 150-jährige Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Wien und die ist ganz eng mit der politischen Geschichte der Stadt und des Landes verbunden. Zahlreiche attraktive und spektakuläre Exponate warten auf die Besucher. Projektleiter Hans Beierl hat uns einige der wichtigsten Stationen näher vorgestellt. Unser Konzept besteht aus 14 Themeninseln. Die erste Themeninsel befindet sich hinter mir bzw. links von mir und eines der wichtigsten Exponate, 1868 die Pferdestraßenbahn. Man kann sagen, der Beginn des öffentlichen Verkehrs. Unsere Konzeption ist so ausgelegt, dass Multimedia interaktive Stationen sind, dass zu den Fahrzeugen Geschichten erzählt werden und auch in historischer Hintergrund präsentiert wird. Eines unserer Highlights in der Ausstellung ist natürlich ein Fahrzeug, das in der Nachkriegszeit hier in Wien sehr bekannt und wichtig war. Er hatte den Namen Amerikaner. Im Zusammenhang der Nachkriegszeit des Wiederaufbaus sind 42 Fahrzeuge von der Stadt Wien in New York direkt angekauft worden. Im Zuge des Marschallplans wurden sie nach Wien gebracht, wurden entsprechend Wien angepasst und sind bis im Jahre 1964 bei uns in Betrieb gewesen. Sie sind in der Regel vom Schottenring bis nach Stammersdorf, Strebersdorf, also über die Donau in Betrieb gewesen und waren ein sehr beliebtes Fahrzeug. Weiters wollen wir auch hier unseren Besuchern auf dem spielerischen Weg zeigen, die früheren Tätigkeiten eines Schaffners. Zum Beispiel eben das Wechseln des Zielschildes, Weichenstellen, Handbremse, Ableuten und das Entwerten des Fahrscheines. Eines unserer weiteren Besonderheiten ist, dass wir hierher zeigen möchten im Museum, wie verschiedene Fahrzeugzusammenstellungen gewesen sind. Hier zum Beispiel die Garnitur in Volksmund, die Halbstarke genannt, sprich ein altes Fahrzeug aus der Vorkriegszeit mit einem neuen Fahrzeug kombiniert. Das sind die Entwicklungen in den 60er Jahren, wo man umgestiegen ist zu den Großraumfahrzeugen. Ein Klassiker ist der Doppelstockbus der Linie 13a, natürlich ebenfalls zu besichtigen im Verkehrsmuseum. Als weiteres besonderes Exponat befindet sich genau jener Gelenkbus in der Ausstellung, der 1976 beim Einsturz der Wiener Reichsbrücke in die Donau gekippt war. Unser neuestes Highlight im Verkehrsmuseum ist die U-Bahn. Hier sehen wir den Halbwagen eines U-Bahn-Zuges, 2,5 Millionen Kilometer bis letztes Jahr 2013 noch im Einsatz gewesen. Dieser U-Bahn-Wagen wurde für uns gelesen gemacht, damit man herzeigen kann, welche Technik sich in einem U-Bahn-Wagen befindet. Hier sehen Sie die ganzen Schaltrevelets. Weiters haben wir den Ausblick eines U-Bahn-Fahrers hier auch sichtbar gemacht, welche Technik heutzutage uns durch Wien transportiert. Wer sich mal als U-Bahn-Fahrer fühlen möchte, kann dies im U-Bahn-Simulator des Verkehrsmuseums auf mehreren Strecken ausprobieren. Dank 3D-Videoprojektion ein realitätsnahes Erlebnis. Selbstverständlich sind auch historische Uniformen der Wiener Linien sowie andere nostalgische Exponate rund um den öffentlichen Verkehr zu sehen. Doch bei den bislang 14 Themeninseln wird es nicht bleiben. Eine Erweiterung des Verkehrsmuseums ist bereits vorgesehen. Hier beim derzeitigen Ende der Ausstellung sehen wir in die Zukunft. Wir werden einen Zukunftsraum eröffnen, wo wir zeigen werden, wie sich der Wiener Stadtverkehr entwickelt. Weiters wird es noch weitere Themen geben, die sich auch mit dem internationalen öffentlichen Stadtverkehr auf der Welt beschäftigen. Das Wiener Verkehrsmuseum ist mittwochs sowie an Wochenenden und bestimmten Feiertagen geöffnet. Nette Gimmicks, Spiele, Souvenirs und weitere Artikel rund um das Wiener Verkehrsmuseum und die Wiener Linien können übrigens täglich im Remise-Shop gekauft werden. Intenant einer Gimmicks, Spiele, Souvenirs und die Wiener Linien, kann man sagen, es wird nicht weitergehen. Intenant einer Gimmicks, Spiele, Souvenirs und die Wiener Linien, kann man sagen, es wird nicht weitergehen. Vielen Dank.